Der Bauch. Der Bauch ist dick. Das Knie. Das Knie ist rosa. Die Finger. Die Finger sind lang. Der Arm. Der Arm ist rosa. Das Bein. Das ist das Bein. Die Hand. Die Hand ist dünn. Der Fuß. Der Fuß ist klein. Der Schulter. Das ist der Schulter. Der Schulter. Der Schulter. Der Schulter.